Vielen Dank, dass wir hier sein können. Wir haben den Slot vor der Mittagspause, das wissen wir, wir achten ein bisschen drauf. Und gleichzeitig geht es auch ein Stück weit um Essen an der Stelle. Denn stellt euch, wie funktioniert der Klicker hier? Ah, stellt euch mal vor, ihr habt Hunger, macht eure Lieferando-App auf, sucht euch was zu essen raus, bestellt was und müsst dann zur Pizzeria, um da zu bezahlen. Der klassische Medienbruch. Genau so ist es und verhält es sich momentan im Finanzbereich. Hier exemplarisch bei uns, wir bilden seit Jahren den Teil der Information ab, wir bilden seit Jahren den Teil des Entscheidens ab über die Tools. Das heißt, Menschen können sich bei uns Produkte raussuchen, wenn sie eine Investitionsentscheidung treffen wollen, aber mussten dann zu ihrem Broker gehen, mussten die App verlassen, mussten die Webseite verlassen, mussten eine ISIN, eine WKN kopieren, um sozusagen dann in einem anderen Tab, in einer anderen Umgebung den Trade ausführen zu können. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein anderes Beispiel wäre beispielsweise Booking.com. Auch da suche ich mir aus einem neutralen Marktplatz, der mir das größtmögliche Angebotsspektrum bietet, einfach das Produkt oder die Reise raus, die ich gerne hätte und kann nahtlos dann sozusagen auch kaufen und das ganze Thema machen. Aus dieser Problemstellung heraus haben wir vor drei Jahren das erste Mal mit Brokerize gesprochen und haben gesagt, das muss auch anders gehen und haben vor dem Hintergrund eine Multi-Brokerage-Schnittstelle bei uns implementiert via API. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Brokerize eine API fertig entwickelt, die es dann unseren Nutzern ermöglicht, über bestehende Depotverbindungen von den hier aufgezeigten, schon einigermaßen relevanten Brokern nahtlos auf OnVista, in OnVista direkt zu handeln. Die Nutzer haben keine Mehrkosten dadurch. Sie handeln zu den gleichen Konditionen wie bei ihrem Broker und die gleichen Funktionalitäten wie bei ihrem Broker. Das heißt, es gibt kein Limit im Hinblick auf die Features und es findet eben kein Medienbruch statt. Weiterer Bequemlichkeitsaspekt ist, Sie müssen sich nur einmal einloggen, je nach Dauer der Session-Tan und können dann weiter handeln, müssen also nicht immer switchen, nicht immer nochmal neu registrieren. Und ein ganz wesentliches Thema, was uns auch sehr, sehr am Herzen lag, das Sicherheitsthema, denn für uns war klar, an der Stelle gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck und da spielt Sicherheit nochmal im Finanzbereich eine sehr große Rolle. Haben wir dann auch noch das ganze Thema Two-Factor-Authentification reingebracht, sodass dann auch ein sichereres Gefühl entsteht. Dazu sei gesagt, auch ohne Two-Fa wäre das Thema sicher, aber es geht auch um die gefühlte Sicherheit bei dem Thema. Somit können wir heute sozusagen nicht nur das Thema Handeln anbieten, sondern auch am Ende des Tages eine Aggregation an der Stelle anbieten, sodass der Nutzer bei OnVista eben nicht nur die Information hat, nicht nur die Selektion seiner Produkte hat, er kann auch nahtlos handeln und er hat am Ende des Tages sein gesamtes Vermögen über eine Depot-Aggregation im Blick und hat an der Stelle sozusagen sein Financial Home und das alles kriegen wir eben über Kooperationen hin. Großes Thema auch heute hier, eben nicht drüber nachzudenken, wie schotte ich mich ab, sondern wie kriege ich Kooperationen auf die Beine gestellt, mit denen ich das Produkt im Sinne der Kunden und Nutzer verbessern kann. Damit sind wir sozusagen nicht nur Information, Selektion, sondern die Leute können eben auch handeln und optimieren und das führt dann dazu, dass sie auch immer wieder neue Impulse bekommen auf ihre Investment-Journey. Business-Case-seitig macht das Ganze natürlich dann auch Spaß und Sinn, wenn die Leute regelmäßig wiederkehrende Nutzer werden, wenn sie eine Plattform gefunden haben, auf der sie einen hohen Lock-In-Effekt haben und damit haben wir eine sehr wertvolle Nutzerschaft, die eben auch für verschiedene Services interessant ist und entsprechend auch für uns einen guten Business-Case bietet. Die Entwicklungs-Story unserer Investment-Journey hier nochmal aufgezeigt, das ist kein Thema von heute auf morgen, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Wir haben gemeinsam angekündigt im Dezember 2022, dass wir das Thema aufnehmen wollten. Stock3 ist eine börsennotierte Gesellschaft, musste dementsprechend publizieren, dass sie eine Kooperation mit uns machen. Dann haben wir sozusagen die API fertig, weiter gemeinsam entwickelt, haben dann die Portfolio-Funktion noch integriert, haben das ganze Thema ausgiebig getestet und haben dann im Q4 letzten Jahres den Launch vollzogen und lernen jetzt sozusagen, was die Leute noch hindert oder wie wir es ihnen noch leichter machen können, direkt aus der Plattform zu handeln und haben an der Stelle sozusagen es geschafft, unsere Mission ein Stück weiter näher zu kommen, den Leuten zu helfen, nicht nur eine Entscheidung zu treffen, sondern sie auch umzusetzen und die Dinge, die sie machen, auch jederzeit im Blick zu behalten. All das mit dem Ziel, Menschen es leichter zu machen, an den Finanzmärkten teilzuhaben, zu investieren und an der Stelle eben auch finanziell zu wachsen. Und an der Stelle, vielen Dank an Broxprice und die Übergabe an Jakob. Ja, vielen Dank, Christian. Ich will vielleicht zum Einstieg mal auf die Frage eingehen, die sich jetzt vielleicht der ein oder andere stellt. Warum sollte OnVista oder warum hat OnVista mit, wie lange seid ihr am Markt? Über 25 Jahre, habe ich richtig nachgeguckt, mit einem starken Team von Produktmanagern, Softwareentwicklern, all das habt ihr im Haus. Warum macht es trotzdem Sinn, mit einem API-Dienstleister wie Brokerize im Bereich Brokerage zu kooperieren? Das heißt, ich will euch mal mitnehmen auf die Fragestellungen dahinter. Was muss ich eigentlich tun, um Wertpapierhandel auf einer Drittapplikation wie OnVista anbieten zu können? Nehmen wir dafür mal ein einfaches Beispiel. Sagen wir mal einen Broker, nehmen wir die Comdirect und die wollen wir mit einem Frontend OnVista verbinden. Und was wir hier tun wollen, ist, dass wir auf Wertpapierprozesse, die sich ja natürlicherweise bisher und immer komplett in der Sphäre der Bank abspielen. Das heißt, Wertpapierprozesse werden im Backend der Bank verarbeitet. Der Kunde nutzt das Frontend der Bank, die Webseite der Comdirect, um sich einzuloggen. Er nutzt eine App der Comdirect, um sich zu verifizieren. Um auf diese Prozesse zuzugreifen, brauche ich eine Schnittstelle. Und da führt kein Weg dran vorbei. Da muss die Bank eine Brokerage-fähige API zur Verfügung stellen. Im Fall der Comdirect ist das eine im Standard REST definierte API, die es ermöglicht, dass Wertpapierprozesse aus der Bank nicht nur von außen gelesen werden können. Das kennen wir ja schon aus dem Zahlungsverkehr. Sondern, dass auch von außen Wertpapierprozesse initiiert werden können, gesteuert werden können. Jetzt muss eigentlich nur noch das Frontend sich mit der API des Brokers verbinden und fertig ist der Wertpapierhandel. Sie denken sich schon, ganz so einfach ist es dann leider nicht. Hintergrund ist, wir sind im Bereich des Brokerage. Wenn wir über die Ebene einen Broker hinausgehen, wenn wir uns mit mehreren Brokern verbinden wollen, dann sind wir auch hier anders als beim Zahlungsverkehr in einem nicht standardisierten Umfeld unterwegs. Das heißt, wir treffen hier als Brokerage auf unterschiedliche technische Schnittstellen, die in unterschiedlichen Protokollen definiert sind, die in anderen Formaten kommunizieren. Zudem kommt auch noch, dass diese Schnittstellen, wenn sie da sind, in verschiedenen Datenstrukturen definiert sind. Das heißt, der eine Befehl, rufe Depot ab, funktioniert vielleicht beim ersten Broker und beim zweiten Broker würde dieser Befehl ein Error erzeugen, weil einfach die API anders funktioniert. Dann gibt es noch fachliche Unterschiedlichkeiten. Das sind zum einen rechtliche Anforderungen der Banken. Das heißt also, der eine Broker sagt vielleicht, hey, ihr müsst die Ordermaske so und so in der Drittapplikation gestalten. Ihr müsst vielleicht noch diese oder jene Dokumente bereitstellen. Ein anderer Broker sieht es vielleicht anders. Und dann haben wir natürlich noch, wir sind hier im Bereich der Wertpapiere, wir sind im Bereich des Börsenhandels unterwegs. Da sind wir schon per se in einem recht komplexen Themenfeld unterwegs. Das heißt also, wir haben hier auch produktseitig starke Unterschiedlichkeiten. Broker A bietet einen weltweiten Aktienhandel an zehn, zwölf verschiedenen internationalen Handelsplätzen an. Broker B, Stichwort Neo-Broker, bietet vielleicht nur Zugang zu ein oder zwei nationalen Handelsplätzen, bietet dafür aber vielleicht Kryptohandel mit an. Und auch das muss ich natürlich frontendseitig unterscheiden, damit ich nicht vielleicht aus Versehen den Kunden was Falsches anzeige. Und natürlich, er muss auch die Rückantworten der Bank bekommen, die er erwartet. Hier setzen wir uns als Brokerize, als Dienstleister dazwischen. Wir vereinheitlichen alle diese unterschiedlichen Unterschiedlichkeiten auf technischer Ebene und auf bankfachlicher Ebene, sodass unser Partner und Vista an der Stelle mit nur einer Technologie und mit nur einem Standard in der Struktur arbeiten muss. Das heißt, das Beispiel von vorhin, rufe Depot ab, funktioniert jetzt für alle Broker dahinter gleichermaßen. Dann haben wir noch den Fall, dass es manchmal Broker gibt, die noch keine Brokerage-fähige API haben, die aber zum Beispiel gerne den Wertpapierhandel auf OnVista anbieten möchten. Hier unterstützen wir als Brokerize dabei, die Bank so eine Brokerage-fähige API aufzubauen. Wir haben mittlerweile, wir betreiben das Geschäft seit 2016, eine vollständige Dokumentation, die wir zur Verfügung stellen, an der sich die Banken orientieren können, wie so eine API aussehen kann, hat den Vorteil für die Banken, dass sie das nicht auf der grünen Wiese bauen müssen und für uns hat es den Vorteil, dass es manchmal ein bisschen schneller geht. Genau. Neben der technischen und fachlichen Ebene gibt es dann noch ein paar so weitere Fragestellungen, an denen man dann so als Fintech in dem Geschäft nicht vorbeikommt. Zum Beispiel die Frage, in welcher Umgebung will ich das Ganze eigentlich betreiben? Also so eine API, muss man sich ja vorstellen, ist wie ein Server, das heißt, das läuft auf Servern, die muss man irgendwo hinstellen. Wir haben uns hier für einen starken Cloud-Partner entschieden, einfach auch vor dem Hintergrund, weil wir im Brokerage hier mit einer sehr, sehr starken Last unterwegs sind, das heißt also viel Traffic und auch aufgrund der Skalierbarkeit. Dann haben Sie weitere Fragestellungen. Wir kommen natürlich als Brokerage in Kontakt mit Kundendaten der Banken, das heißt, Sie haben Fragestellungen zum Datenschutz, aber auch zur Regulierung, die Sie lösen müssen. Selbstverständlich, das Thema IT-Sicherheit spielt bei uns eine große Rolle, das heißt, wir als Brokerage müssen entsprechende Strukturen aufbauen, um diese Security zu gewährleisten. Man muss sich Gedanken machen, wie kann eigentlich ein Business Model in dem Zusammenhang aussehen? Wir arbeiten hier mit einer transaktionsabhängigen Vergütung mit den Brokern zusammen, was ihnen eine maximale Flexibilität ermöglicht. Und dann macht man sich vielleicht noch Gedanken darüber, wie kann ich auch meinen Frontend-Partnern helfen, noch schneller Integrationen vorzunehmen. Das fängt erst mal mit einer gut dokumentierten API an, geht aber dann weiter in Richtung eigene Frontend-Komponenten, hier ist das Stichwort SDKs genannt, die das Ganze nochmal beschleunigen. Soviel zum Hintergrund von Brokerize. Spannenderweise, und das ist sicherlich auch das Innovative in unserem Ansatz, dass wir hier nicht nur einen API-Produkt, eine API-Dienstleistung anbieten, sondern, dass wir darüber hinaus ein komplettes Multi-Brokerage-Ökosystem aufgebaut haben, indem wir auf der linken Seite die Depot-führenden Banken mit unserer standardisierten API vereinheitlichen und auf der rechten Seite Drittpartner-Applikationen, die gerne Wertpapierhandel integrieren möchten, vernetzen. Das Schöne ist, was wir sehen, seitdem wir das betreiben, ist, dass auch die Partner sich gegenseitig initiieren. Es entstehen tolle neue Ideen, auf die wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich so ein Netzwerk, so ein Ökosystem, auch ein starker Anreiz für den einen oder anderen, sich dem anzuschließen. Also vielleicht eine Bank, die sagt, hey, tolle Use Cases, die ich mit Brokerize erreichen kann, da mache ich jetzt mal mit und gucke mir mal an, wie ich mich anschließen kann. Vielleicht noch zu der Frage, jetzt haben wir da tolle Ideen und ein schönes Produkt kreiert, noch ein paar Zahlen, nehmen das die Endkunden eigentlich an? Und die Antwort ist selbstverständlich ja. Wir sehen über unsere API eine starke Akzeptanz. Kunden auf Drittpartner-Applikationen nutzen das, sie locken sich bei ihrem Broker ein, sie traden am Point of Interest, dort, wo sie alle Informationen bekommen, weil es eben naheliegend ist und integriert ist. Wir haben letztes Jahr 1,7 Millionen Transaktionen über unsere API abgewickelt. Das sind vollständig abgeschlossene Kauf- oder Verkaufaufträge, die, es waren durchschnittlich 140.000 Trades im Monat, im starken Marktumfeld des Jahres 2022 waren es sogar über 2,1 Millionen Transaktionen mit einem Spitzenmonat, im Februar 2022 mit über 226.000 Transaktionen, die über unsere API gegangen sind. Also die Endkunden akzeptieren das und das zeigen jetzt nochmal diese Zahlen, es ist auch ein starker Business Case für unsere B2B-Partner. Was wir sehen über unsere API ist, es sind überdurchschnittlich interessante Brokerage-Kunden, es sind überdurchschnittliche Volumina, die da investiert werden und das sehen wir auch, es ist eine hohe Aktivitätsfreude, es ist eine hohe Abschlussfreudigkeit und das bestätigt eigentlich uns auch in dem Use Case. Zum Abschluss noch ein paar Sätze, wie geht es weiter mit unserer Kooperation und was haben wir auch noch so jedes Unternehmen für sich auf der Roadmap, was wir aus dem Brokerage machen wollen. Für uns als Brokerize ist natürlich ganz klar, wir wollen und wir werden weitere depotführende Banken, Broker an die API anbinden. Wir haben allein für dieses Jahr drei neue Brokerage-Partnerschaften gesetzt auf der Roadmap, die wir ausrollen werden. Wir werden aber auch weitere Use Cases erschließen, also hier auf der Partnerseite gedacht. Wir kommen bisher klassisch aus dem Bereich der Finanzportale, das ist auch über unsere Muttergesellschaft, unsere Heimat, da kommen wir her. Da war auch der Mehrwert für die Nutzer am stärksten, aber wir können uns auch Use Cases und wir sind da auch schon in der Vorbereitung vorstellen, in Richtung Finanz-Apps, in Richtung Finanz-Bildungs-Apps, also alles, was den Einsteigermarkt, den Beginnermarkt anbelangt, das können wir uns sehr gut vorstellen, dass dort auch dann vielleicht der erste ETF direkt in der Finanz-App gekauft wird. Und was auch noch ein sehr naheliegender Case ist, sind das Thema Finanzproduktanbieter, Fondanbieter, ETF-Anbieter, die haben heute auch schon Traffic auf ihren Webseiten, auf ihren Apps und da ist es auch total naheliegend, dass der Kunde, der sich auf einer ETF-Seite zu dem ETF informiert, auch dort gleich den Abschluss tätigen kann. In die Richtung geht auch das Vorhaben, dass wir Sparpläne anbieten wollen, das heißt also die Möglichkeit, dass Kunden zum Beispiel einen ETF-Sparplan auf einer Drittapplikation abschließen können. Und wir haben noch ein Feature auf der Roadmap, das nennen wir im Moment noch intern, Brokerize Account. Das wird dem Kunden ermöglichen, bei uns längerfristig Daten zu speichern, wenn er das möchte, mit dem Vorteil, dass er dann diese Daten auswerten kann. Es gibt eine Zielgruppe, die hat Interesse daran, ihr Portfolio zu analysieren etc. Und da sind gute und vollständige Daten ganz, ganz wichtig und da können wir natürlich mit unseren APIs liefern. Christian, willst du noch? Gerne. Für uns steht das Thema Krypto noch ein Stück weit auf der Uhr. Wir haben eben gesehen, wir sind vor allen Dingen mit den etablierten Online-Brokern derzeit unterwegs, was den klassischen Wertpapierhandel anbelangt. Für uns als Informationsplattform gehört Krypto mittlerweile genauso in die Asset-Welt rein wie alles andere auch. Vor dem Hintergrund ist das Thema Kryptohandel für uns spannend. Wir wollen auch gern das Thema Sparpläne erschließen. Allein schon, um unsere Zielgruppen zu verbreitern, um auch da neue Ansatzpunkte zu geben. Nicht nur sozusagen diese aktiven Trader glücklich zu machen auf dem Thema, sondern eben auch neue Zielgruppen, die über Onvista den Einstieg ins Investieren finden, auch direkt am Point of Interest an diesem Punkt die Möglichkeit zu geben, auch nicht nur sich zu informieren, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Handeln zu kommen. Das Thema Analysen ist natürlich auch was, was für uns spannend ist, auf Basis der sozusagen getätigten Transaktionen, den Leuten vielleicht eine gewisse Analyse anzubieten im Hinblick darauf, okay, was hast du gemacht, was könntest du machen, das vielleicht auch mit Automatisierung zu hinterlegen und natürlich auch diesen personalisierten Content auf Basis ihres Trading oder ihres Anlageverhaltens anzubieten, damit sie dort besser werden, weil am Ende dieser Content einfach für sie relevanter ist und ihnen da an der Stelle besser weiterhilft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt